Ich muss noch so den Drive kriegen für meinen neuen YouTube-Kanal, wie ich die Videos beginne. Herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary hier. Ich habe euch heute wieder gefilmt, was ich so gegessen habe. Auf diesem YouTube-Kanal geht es hauptsächlich um die vollwertig pflanzliche Ernährung. Diese Ernährung hat mir gesundheitlich so unglaublich weitergeholfen und deswegen möchte ich das so vielen Menschen wie möglich zeigen, wie man das am besten in den Alltag integrieren kann und wie man Bewegung in den Alltag integrieren kann. Ich hatte mit Food Diaries auf meinem anderen YouTube-Kanal angefangen, die Michaela, und das kam so gut an und so viele Menschen haben das ausprobiert und haben sich damit besser gefühlt, dass ich damit erstmal nicht mehr aufhören möchte, weil ich das so inspirierend finde, dass ich euch inspirieren kann. Und deswegen gibt es weiterhin regelmäßige Food Diaries von mir hier zu sehen. Es ist jetzt schon nachmittags. Ich zeige euch gleich, was ich alles gegessen habe. Wir sind ja zurzeit hier in Deutschland im Urlaub und ich mache gerade meinen Spaziergang. Bewegung finde ich auch ganz, ganz wichtig im Alltag. Normalerweise mache ich immer Step Aerobic, aber da ich meinen Stepper nicht mit nach Deutschland genommen habe, mache ich sowas wie stramm spazieren gehen mit dem Smurfy, also mit unserem Hund. Oder für morgen wollte ich mir mal so ein Workout raussuchen. Das zeige ich euch dann morgen in dem Food Diary. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit meinem Food Diary. Heute gibt es eine Mischung aus Möhrengrün, Kohlrabigrün, Limette und Möhre. Ich gucke mal, was ich hier gekriegt habe. Ist das diese Alpro Not Milk? Ja. Geil, danke. Ja, danke. Habe ich direkt Kaffeelatte aus einer Jura Vollautomatmaschine. Boah, lecker. Herzlich willkommen zu meinem neuen Food Diary. Wir waren heute Morgen eingeladen zum Frühstück. Deswegen, ich hatte nur ein Foto gemacht. Ich blende die euch mal ein. Das waren, also, ja, wir haben halt Brötchen gegessen. In Deutschland gibt es natürlich Brötchen. Dann hatte ich veganen Lachs bekommen und vegane Leberwurst von Pommasche. Mh, so lecker. Jedenfalls, das war quasi so ein Abschiedsessen. Wir haben nämlich heute einen Standortwechsel gehabt und jetzt sind wir am neuen Standort. Und da wurde ich begrüßt mit diesem geilen Kaffee. Und jetzt mache ich Essen. Ich zeige euch mal, was ich koche. Es gibt etwas ganz Einfaches, was ihr schon von uns kennt. Basmati-Reis mit braunen Linsen. Die berate ich gleich an, die braunen Linsen. Mit Zwiebeln und Gewürzen und dann mit dem Reis. Dazu mache ich einen großen Salat. Das habe ich gerade hier in Essigwasser eingelegt und abgeschüttet. Dazu gibt es eine Avocado. Und ich wurde gefragt, Mensch, Michaela, ihr esst ja irgendwie immer dasselbe. Da ist ja nicht so viel Abwechslung. Das liegt daran, erstens schmeckt uns das super, super gut. Also einfach Reis mit Linsen. Das ist einfach. Man muss nicht stundenlang in der Küche stehen. Das ist günstig. Es ist super gesund. Und das vereinfacht uns den Alltag mit der gesunden Ernährung. Wenn wir halt immer dasselbe einfach schnell kochen, ist es einfacher, als jetzt riesige Gerichte rauszusuchen, wenn man besondere Zutaten braucht, die man nicht kennt und suchen muss. Wo kriege ich die? Macht es euch so einfach wie möglich. Und das ist ja in jeder Ernährung eigentlich so. Also auch früher, als ich Fleisch gegessen habe und alles gegessen habe, habe ich irgendwie immer dasselbe gegessen. Und mein Typ wird verlangt. Eine Schüssel voller Liebe. Reis mit Linsen mit zwei Zwiebeln angebraten. Das ist Avocado-Matsche mit acht Kräuter aus der Tiefkühlabteilung. Und Knoblauch, also wie so eine Kräuterbutter quasi in vollwertig. Tomate und Gurke und ein bisschen Salat. Und davon werde ich, schätze ich, mal zwei Schüsseln heute essen. So, heute machen wir es mal rückwärts. Ich habe mir ein Müsli gemacht zum Abendessen. Haferflocken, Granola, Kiwi, Weintrauben, Orange und eine gematschte Banane in meiner großen Schüssel. So, gegessen haben wir jetzt für heute genug. Ich zeige euch jetzt mal meine Mungbohnensprossen. Ihr habt mir gesagt, das heißt Mungbohnen. Ich habe immer Mungobohnen gesagt. Ich sage, glaube ich, auch weiter Mungobohnen, weil das ist einfach so drin. Also, die haben schon richtig schöne Schwänzchen bekommen. Da ist noch ein bisschen Flüssigkeit drin. Und ja, also in den letzten Tagen haben wir so viel hier hin und her Besuch. Hast du nicht gesehen. Und wir sind zu kurz gekommen mit der Ernährung, sage ich euch. Damit sind wir heute umgezogen. Und ich hoffe, das klappt jetzt besser. Ich merke das. Ich habe zu wenig getrunken in den letzten Tagen. Und zu wenig gegessen auch, glaube ich. Auf jeden Fall zu wenig Salat und zu wenig Grünzeug. Wir haben weiter gejuiced heute auch. Ich habe euch nur kurz gezeigt, was wir gejuiced haben. Es waren halt immer Menschen um uns herum. Ja, und heute Morgen, das war auch nicht vollwertig, das Frühstück. Das muss ich dabei sagen. Aber wir waren halt zum Frühstück eingeladen. Und wir haben eigentlich immer für uns selber gekocht und mitgebracht und so. Aber heute Morgen, ja, habe ich halt Frühstück mitgegessen. Das war zwar pflanzlich, aber weit entfernt von vollwertig. Und genau, also, so sieht das jetzt aus. Ich hoffe, ab morgen, ja, mehr essen zu können. Und morgen möchte ich auch auf jeden Fall meinen Workout machen. Ich hoffe, das klappt morgen. Und die auch für dich. Warum? Weil, ja, weil ich habe ja optisch schon richtige Fortschritte gesehen bei mir und auch körperlich gemerkt. Und deswegen möchte ich es auf jeden Fall beibehalten. Ich war jetzt immer nur so laufen, joggen, walken. Ich möchte auf jeden Fall auch morgen meinen Bauch, meinen Sixpack möchte ich morgen trainieren. Ich twerk morgen. Ich twerk morgen, ne Wunder. Gut, also, vielen Dank, dass ihr mein Food Diary angeschaut habt und bis heute Abend beim Daily Vlog. Tschüss! Schöne Entspanまず race Trump. Musik... Musik...